Das ist jetzt ein bisschen langsamer. Ja. Du hast ja wieder drauf gesprungen, oder? Ja, finde ich schon wieder gut. Wenn es nicht so schnell geht, dann geht das. Sieht super ordentlich so lange es ist, oder? Ja, ja. Das ist auch der Reiz bei Z. So lange Züge fahren zu lassen. Du brauchst ja Hallen bei H0. Ja, das ist jetzt. Ja, das ist jetzt. Ja, das ist jetzt noch mal. Ja. 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 Ja, das ist ja eigentlich ein bisschen locker. Ja. Aber nicht für die Container. Nein? Nein. Also jetzt schon die Wärme. Ja, die Dampfmaschine eingestellt würden, gab es doch kein Problem. kommen später wieder rein. Ja, das ist doch die Dampfmaschine. Prinnert nicht mehr die Wärme. Die sind ja eigentlich sehr rund. Ja. Ja, ich hab ich. Ja, ich hab ich. Ja, ich hab ich. Nee, ich hab ich. Ja, ich hab ich.